Ich habe zwar gesehen, dass die da durchmarschiert sind, also marschiert nicht, gehängt, sind schwerer gegangen und da sind auch manche umgefallen. Dann haben sie die anderen Helfer, die Mitläufer, immer wieder hochgezogen und so habe ich die sehr nahe zu marschieren. Also die SSler sind rumgelaufen, haben sie immer wieder beitscht, also nicht einfach weggehen, also weiterlaufen. Die habe ich auch nicht mehr gekannt. Da rauf an der Kapelle rauf sind sie gelaufen, das habe ich nicht mehr gesehen. Die von unten rauf, also von meinem Mann, sind die da rauf sind gekommen, von der Bäckerei. Wir haben gesagt, was ist denn da los, da sind wir halt nachgeschaut, aber wir haben ja nicht gewusst, was das sein soll. Wir haben gesagt, was machen die da.